Herzlich willkommen zu einem neuen astrologischen Bericht und heute spreche ich über den Supermond am 31. August. In der Nacht von 30. auf 31. August ist der Vollmond in ganzer Pracht wieder am Himmel zu sehen, sehr präsent, weil der Mond jetzt eben der Erde ganz, ganz nahe ist in seiner Umlaufbahn und deshalb wirkt er auch extrem groß. Und alles was so prominent ist am Sternenhimmel, alles was so eine Spur hinterlässt, man denkt zum Beispiel an Kometen, also an Asteroiden, die da vorbeiziehen, die da sichtbar sind für uns, da wird astrologisch eine gewisse Bedeutung natürlich zugeschrieben und deshalb möchte ich dir heute auch die Themen dieses zweiten Supermondes im August mal näher bringen. Der erste Supermond, den habe ich ja schon im Video besprochen, im letzten Supermond-Video und heute schauen wir uns wirklich diesen zweiten Supermond an und der ist auch sehr, sehr aufgeladen. Die Sonne steht ja in der Jungfrau und Jungfrau ist immer so das Thema des Praktischen, des Vorausplanens, ein bisschen der Nüchternheit, das Zeichen der Selbstaussteuerung, dass ich immer schaue, was gebe ich von mir preis, wo halte ich mich besser zurück, man nimmt sich da eher zurück. Die Jungfrau ist auch so das Folgezeichen im Tierkreis vom Löwen, der ja alles herausbrüllen will, der lebendig sein will, der sich ausdrücken will richtig. Und da ist die Jungfrau eben eine, die schon ein bisschen so, ein bisschen vorsichtiger ist, ein bisschen sich zurückzieht und auch nicht ganz so diese Lebe-Energie hat, Lebe-Menschen-Energie hat, wie das der Löwe hat. Und zu diesem Jungfrau-Löwe-Thema, da werden wir dann noch kommen. Und der Jungfrau gegenüber dieser Realistin, diesem realistischen Zeichen, diesem nüchternen Zeichen, diesem wissenschaftlichen Zeichen fast, steht das Fische-Zeichen. Fische, der Traum, das Jenseits, das Unendliche, also dort, wo wir wirklich, wo wir fließen können, wo wir träumen können, wo Weite noch möglich ist. Und da steht der Mond, also unser Fühlen. Also dein Fühlen steht jetzt momentan oder kollektives Fühlen, nicht deins Kollektiv, steht der Mond jetzt in dieser träumerischen Ebene, in dieser sehr endlosen Ebene. Das heißt, das sind weite Gefühle, Gefühle, die schweifen können, wo man auch immer, ja, vielleicht so in die Ferne gehen möchte, so ein bisschen Fernweh auch hat. Also da ist jetzt so der Mond und die bilden jetzt Sonne, Mond, diese Opposition. Also diesen Vollmond auf gut Deutsch. Sonne in der Jungfrau und der Mond halt in Fischer. Das heißt, wir haben das realistische Handeln, also die Sonne sagt uns ja jetzt, sei praktisch, plane voraus. So quasi der Winter kommt, der Herbst kommt, der Winter kommt, Jungfrau das Zeichen, koch mal was ein, leg dir Vorräte an. Das ist das Praktische, ja. Und da steht eben so dieser träumerische Mond, der in die Ferne schweifen will. Der steht dem gegenüber. Und das ist eben so diese Grundkonstellation von diesem Supermond. Aber es bleibt ja nicht dabei, sondern der Mond an sich hat ja noch einen Begleiter und das ist der Saturn. Also Mond steht in Opposition, äh, in Konjunktion, pardon, in Konjunktion zum Saturn. Du siehst es im Fischerzeichen. Und, ähm, wenn du den Kanal verfolgst, dann weißt du ja auch, also Saturn, Steinbock, da geht es um Struktur, da geht es um Klarheit. Also der ermahnt eigentlich zum Klarerwerden, zum Klardenken, steht aber im Fischerhaus auch nicht so stabil da und, ähm, und ist auch ein bisschen so eingeweicht. Jetzt nimmt aber dieser Saturn über das Rucksackprinzip aus seinem eigenen Haus, aus dem Steinbockhaus, den rückläufigen Pluto auch noch mit. Das heißt, wir haben eigentlich die Energie, die Mischenergie Pluto-Saturn auf dem Mond. Und das bedeutet schon eine tiefe Transformation, und zwar im Ahnensystem, eine Transformation in deiner Ahnenlinie, in deinem Familiensystem, das da emotional stattfinden kann. Also da können Gefühle aus der Ahnenlinie, und das merke ich jetzt auch immer bei meinen Sitzungen, dass da ganz viel Altes einfach losgelassen werden kann und abgegeben werden kann. Und ich denke, dass das eine gute Zeit ist zu diesem Supermond, dass du dich auch mit diesen Ahnenthemen beschäftigst. Also das ist ein sehr geladener Mond und vor allem der auch viel aus dem Unterbewusstsein rausarbeitet, also viele Gefühle rausarbeiten möchte. Und wo man auch merkt, okay, ich möchte eigentlich da aus was ausbrechen. Ich würde das fast wie einen Schmetterling vergleichen, also der sich verpuppt, wie die Raupe, die sich verpuppt und dann zum Schmetterling wird. Also dass man sowas emotional, so eine Häutung, so eine Transformation da auch durchmachen kann oder wahrnehmen kann. Des Weiteren haben wir diesen, also wir haben da Saturn eben auf dem Mond und dann kommt der Jupiter noch ins Spiel. Und der Jupiter steht ja gerade im Stierzeichen. Stier ist ja auch, ist die Materie, ist der Eigenwert, ist natürlich unser, das Habe und Gut. Und in diesem Haus, aus diesem Stierhaus raus, da ist jetzt der Jupiter, also der will ja immer so Expansion, der will Sinnhaftigkeit, der will vielleicht auch Nachhaltigkeit da in diesem Haus. Und dieser Jupiter, also dieser sehr materielle Jupiter auch, oder sehr konkrete Jupiter im R-Zeichen Stier, strahlt jetzt auf die Venus. Und zwar in einem Quadrat und die Venus steht im Löwezeichen. Und Venus im Löwen will natürlich was, die will was erleben, die möchte Erlebnisse haben, die möchte sich ausweiten. Und da ist aber ein Spannungszustand zum Jupiter. Das heißt, womöglich kann mit dem, was du jetzt gerade möchtest, also erleben möchtest, dass da das Börsel nicht ganz mitspielt. Oder dass du da ein bisschen zu Übertreibungen neigst. Also das wäre da durchaus möglich in dieser Konstellation. Und da würde ich ein bisschen aufpassen. Das ist natürlich auch so ein bisschen dieses übertrieben viel auf einmal machen. Also alles erleben wollen und da ein bisschen in diese Richtung hin zu übertreiben. Etwas zu optimistisch sein, auch was vielleicht die Finanzen angeht, dass man da ein bisschen sich zurückschrauben sollte. Ja, und dieser Jupiter strahlt aber nicht nur auf die Venus, der strahlt auch auf den Mars. Und der Mars steht im Waagezeichen, also auch in einem Venushause, also in einem Venuszeichen drinnen. Und der warnt uns dann mit einem anderthalb Quadrat vor, ja, ein bisschen vor zu schnellen Versprechungen. Vor ein bisschen zu sehr ungeduldig zu sein. Versuchen, Nägel mit Köpfen zu machen oder da irgendetwas unter Dach und Fach zu bringen. Das kann jetzt so zu Frustrationen einfach führen. Also dass man sagt, okay, da ist jetzt viel heiße Luft, aber was passiert jetzt? Oder dass man das Gefühl hat, da steckt etwas fest, da ist die Energie ein bisschen festgefahren. Das kann auch ein bisschen so eine Streitenergie sein, die in der Luft liegt. Also da auch aufpassen, einfach ein bisschen so auf die Kommunikation achten. Und Jupiter strahlt nämlich dann auch noch in einem Trigon, also das ist natürlich was Positives, auf den Merkur. Und der Merkur steht ja auch im Jungfernzeichen momentan. Und da geht es jetzt einfach auch darum, dass man sagt, okay, das wäre natürlich begünstigt, könnte man sagen. Also das ist eine günstige Konstellation, eine wohlwollende Konstellation. Dass man sagt, okay, man bewegt vielleicht einmal ein bisschen so den Körper oder man hat auch eine gute Idee, gute Visionen, die man dann umsetzen kann. Also das ist durchaus so eine positive Energie, eine positive Schwingung, wo halt Jupiter sehr prominent auf Merkur, Venus und auf Mars auch sich drauf setzt. Aber auch Neptun spielt mit und zwar hat der Neptun ein anderthalb Quadrat zu Venus und das wäre für mich so der klassische Liebestraum oder die Hoffnung, die sich nicht so ganz erfüllt. Also da würde ich ihm einfach aufpassen und auch in Beziehungen aufpassen, dass man vielleicht jetzt nicht irgendwelche falschen Vorstellungen hat. Noch dazu hat der Neptun dann eine Opposition zum Mars. Also das ist eben so noch einmal so diese, ein bisschen diese Warnung vor Streit, vor Konflikten, wo man sich auch vielleicht so missversteht. Also wenn du das Gefühl hast, momentan, was will mir die Person sagen oder beleidigt mich diese Person, da würde ich in dieser Zeit eher nachfragen und einmal sagen, okay, hey, was meinst du damit, wie siehst du das jetzt wirklich, ich habe das jetzt vielleicht anders verstanden, wie du das gemeint hast. Also da bitte ein bisschen aufpassen, da ist nämlich so durchaus so Konfliktpotenzial in der Luft. Was energetisch gut ist, ist der Pluto, der im Steinbock natürlich noch eine sehr starre Struktur hat, sehr zu Fleiß, zu Struktur aufruft und auch noch einmal so Strukturen zu transformieren. Und der hat ein Trigon zu diesem Mars und da geht es für mich auch darum zu prüfen, mit wem bist du in Kontakt und auch schauen vielleicht in Geschäftsbeziehungen, dass du da Kontakte knüpfst, gute Kontakte knüpfen kannst, dass da mehr Kraft auch reinkommt, dass man auch sagen kann, okay, wir können eine Partnerschaft auch auf Geschäftsebene oder natürlich auch auf einer Beziehungsebene auf eine neue Struktur bringen, in eine neue Struktur reinbringen und das wäre da durchaus eine Chance in dieser Konstellation. Also du siehst, wenn dieser Supermond jetzt dann am 30., 31. am Firmament erstrahlt und du schaust ihn dir an, dass da durchaus kosmisches Potenzial dahinter steckt, dass da große transformative Kräfte für dich wirken können, ob das jetzt im Systemischen ist, ob das jetzt auch am Emotionalen ist oder wirklich ganz konkret auch in der Geschäftswelt, also dass sich da einiges tun kann und einiges entwickeln kann. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine wunderbare Zeit. Falls du eine individuelle astrologische Beratung haben möchtest, buch dir gerne einen Termin bei mir über der Homepage. Und wie immer freue ich mich über einen Daumen hoch, auf einen Kommentar von dir, teil das Video und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Aus dem wunderschönen Linz, dein Oliver Ehrini. Tschüss.